Urlaub im Kaiserwinkel bedeutet vielfältigen Ferienspaß. Aktiv und erlebnisreich präsentieren sich die Orte in dieser Region. Hier geht es nicht mehr alleine ums Wandern in der freien Natur. Die Orte Kössen, Wasse, Schwendt und Rettenschüss bieten Entspannung, Sport und Erholung in einer wunderbaren Bergwelt. Im Kaiserwinkel finden sie ein Stück Tirol, wie es schöner nicht sein kann. Die traumhafte Landschaft mit ihren Bergen, Seen, Dälern und mit allem, was den Urlaub zu jeder Jahreszeit erlebnisreich macht. Klares Wasser, gesunde Luft und eine intakte Umwelt sind hier gelebte Begriffe. Lebensmittel aus dieser Umgebung sind anders als aus industrieller Herstellung. Dies betrifft nicht nur die Eigenvermarktung von Honig und Brot. Die Lebensmittel aus der Region schmecken auch besser. Gesundes Essen und gesundes Leben im Kaiserwinkel kommen alle auf ihre Kosten. Für Radfahrer und Mountainbiker gibt es hier viel zu erleben. Um alle Radwege kennenzulernen, wird ein Urlaub nicht ausreichen. Für sportliche Radler gibt es zusätzlich acht Mountainbiketouren. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen die wunderbare Natur zu Fuß kennen. Es erwarten Sie in der Urlaubsregion ganze 200 Kilometer markierte Wanderwege in allen Schwierigkeitsgraden. Der 25 Meter tiefe Walchsee bietet mit angenehmen Temperaturen und seiner hervorragenden Wasserqualität ideale Bedingungen im Sommerurlaub. Besonders spektakulär ist das Wasserskifahren. Ein fixer Boyen-Barcours kann von Könnern befahren werden. Jugendliche nützen die Sprung- und Kletterinseln gerne zum Spielen. Liegen, Baden, Schwimmen, Surfen und das Fahren mit einem Elektroboot machen den See zu einem Erlebnis. Golfer können im Kaiserwinkel aus drei traumhaft schönen Golfplätzen wählen. Zur Verfügung stehen zwei 18- und ein 9-Loch-Golfplatz. Also viel Golf im Kaiserwinkel. Dies für ambitionierte Spieler als auch für Anfänger, die nach einem Übungsgelände suchen. Genießen Sie unvergessliche Natureindrücke in einem der schönsten Flussdäler. Die Großache, der deutsch-österreichische Grand Canyon, bietet Rafton als vorletztes Abenteuer unserer Zeit. Die Bootsleute führen Sie sicher an Felswänden vorbei und durch die bekannten Entenlochklamm. Der Spaß steht im Vordergrund. Kein Wildwasser, sondern ein Erlebnisfluss bleibt den Teilnehmern in Erinnerung. Der Unterberg hat nicht nur im Winter einen hervorragenden Ruf als Skiberg. Jeden Sommer kommen zahlreiche Drachen- und Paragliding-Fans wegen der guten Dermik nach Kössen. Große Meisterschaften werden hier ausgetragen. Zwischen Anfang Mai und Ende September sind viele mutige Sportler am Unterberg zu beobachten. Hier ist man als Gast nicht nur König, sondern Kaiser. Ferienkaiser. Werfluss